Herzlich Willkommen Freunde! Ja, heute ist das Kid Schneider dran und ich wünsche euch natürlich ein frohes Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle stecken geblieben. Ja, ne? Damit kein Mensch mehr... Egal, egal. Vergessen wir das, was ich gesagt habe, weil das ergibt alles eh keinen Sinn. Wo ist denn hier dieser... Dorfbewohner? Hä? Hä? Ich seh den Dorfbewohner nicht. Äh, F3 und A? Weiß nicht. Ja, auf jeden Fall, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr Silvester gefeiert habt. Ich habe es so gefeiert. Also in unserer Stadt passiert einfach gar nichts. Ach da! Ah, hier ist er. So, mal wieder ein toller Fail von mir, ne? Dass ich ihn nicht sehe. Aber was soll ich machen? So, jetzt kaufe ich mir noch eben ein Schwert. So, das Spiel habe ich ja im letzten... Äh, schon mal vorgestellt. Und die Schere, die müsste schnell sein. Okay. Er ist falsch. So. Der ist unten. Dü, 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 dü. Gut, so. Ach ja, stimmt. Ich bin ja jetzt kein Typ mehr. Äh, kein Athlet mehr, dass ich schneller bin. Deswegen. Hier drauf? Ja, hier drauf. Okay. Das ist gut. So, komm. Boah. Alter, der eine, der hätte ihn ruhig töten können. Hä? Hä? Ich habe ihn doch voll viel Schaden gemacht. Wollte schon sagen. Ich wollte mich schon wieder beschweren. So, das hätten wir auf jeden Fall geschafft. Er spawnt in 15 Sekunden wieder. Äh, Rüstung. Und. Rüstung. Schnell, schnell, schnell. Ach man ey. Weg damit. So. Wo, wo spawnt sie? Oh, scheiße. Team Gelb hat sie. Team Gelb hat sie. Ich muss sagen, ich bin gar nicht so schlecht im Spiel, oder? Also, wie ich die Flaggen wegschnappe zwischendurch. Pff. Nicht immer. Manchmal. Okay, das ging schnell. Für die. Wir holen uns mal direkt. Ähm. Hier paar Sachen. Bisschen Essen wieder. Rüstung. Okay, für Rüstung reicht es nicht ganz. So. 15. Ach, fail. Egal. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ach man. Blöcke braucht man halt wirklich. So. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Okay. Die ist tatsächlich da gespawnt, wo ich gedacht hatte. So. Team Gelb hat sie. Scheiße. Team Gelb ist glaube ich schon zu Hause, oder? Ja. Leider. Egal. Oh, scheiße. Die hat mir einfach runtergeschubst. Der Arsch. Dieser Arsch. Was macht der hier für eine Scheiße? Weiß ich auch nicht. So. Mal gucken, wo sie jetzt spawnt. Ich bin gespannt. So. Ich möchte hier auf jeden Fall, dass sie abbauen. Och. Mann. Die kommen immer von hinten. Jetzt aber schnell. Team Rot hat sie. So. So. Okay. Er hat ein Schwert. Ich frage mich halt eher. So. Komm. 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 So. Der ist unten. Weg mit dir. Och. Scheiße. Scheiße. Okay. So. Ah. Scheiße. Scheiße. Ich glaube Team Gelb hat sie. Team Gelb hat sie jetzt auf jeden Fall. Hat sie jetzt auf jeden Fall. Schade. So. Okay. Aua. Okay. Team Gelb hat gewonnen. Okay. Schade. Ist ja ein bisschen blöd. Ne. Aber. Egal. Hauptsache wir sind Zweiter. Ne Leute. Und. Ja. Das war. Der Typ. Der Schneider. Und dann sehen wir uns. Morgen. Oder übermorgen wieder. Bis dann. Euer Kamito. Haut rein. Und ciao. Achso. Warte. Wisst ihr was? Eigentlich wollte ich nur über was. Sprechen. Richtig. Denn. Wir. Also. Ich wollte noch. Über. Meine Vorsätze reden. Ne. Das macht ja jeder große YouTuber. Ne. Also. Wieso dann auch nicht. Der kleine Kamito. Ne. Und zwar. Ich habe nicht viele. Wir werden deswegen auch nicht die Runde komplett zu Ende spielen. Sondern nur hier in der Lobby eben schillen. Ähm. So. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin. Jede Woche fünfmal schwimmen gehen. Und. Dort dann je zwei Stunden. Leistungsschwimmen betreiben. Damit ich einfach fit bleibe und so weiter. Damit ich überhaupt einen Sport mache. Weil ich bin schon faul. Aber das macht mir echt Spaß. Ach. Hier backt man ja herum. Okay. Ähm. Dann. Des Weiteren. Möchte ich jede Woche mindestens vier Videos bringen. Ich weiß noch nicht wann genau. Montag. Dienstag. Donnerstag. Freitag vielleicht. Bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Und. Samstag und Sonntag werde ich die Woche nochmal review. Bäh. Wie nennt man das? Nochmal wiederholen. Also alles was ich gelernt habe diese Woche. Auch schulische Sachen. Damit ich dann. Bei Abschlussprüfungen. Glänzen kann. Hohohohoho. Weil Leute. Ich habe meine erste zwei in Englisch geschrieben. So gut war ich noch nie. Naja Leute. Das war es mit dem Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Euer Kamidu. Haut rein. Und ciao.